Im Namen des Vortrags, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilands Worte. Gebet Milliarden und Millionen Mal. Mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf. Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Wir bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten, verkünde es. Heilands Worte. Ich brauche Sühnerseelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Heiliger Josef, mehrvater Jesu Christi und wahre Bräutigam, der seligsten Jungfrau Maria. Bitte für uns an die Sterbenden dieses Tages. Amen. Diese Nacht. Jesus Maria, wir lieben euch. Rettet alle Seelen und Priesterseelen. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Puls schlägt, tausendmal wiederholen zu dürfen. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderleben. Und allen deinen Segen gib. Vielen Dank.